Ach man, nicht erlernen, ja, ja genau, du hast recht, das ist zu erschreckend, eigentlich nicht, dann mal hier, was, du bist im Weg, verschwinde, hier drüben, wir versuchen hier zu graben, der Schatz über den die Vorsitzenden reden, äh Vorsitzenden reden, muss hier irgendwo sein. Hm, wenn die da versuchen, was auszugraben, gehe ich einfach mal ein Stockwerk höher, dumm, bumm, bumm, komm, kämpf, weißt du, wie in Vulkan Höhlen entstehen, die ja wahrscheinlich durch, äh, Druck, ne. Aber klären sie mich, uff, bitte. Scheiße. Genau das, was ich jetzt nicht sehen wollte. Taubos. Nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Höhlen schlagt. Au. Sieht aber doch einiges an. Bumm. Darf ich gleich Hyperheiler verwenden? Oder hab ich da noch Paraheiler? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste aber noch Paraheiler haben. Ja, es hat gereicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Du. Nur Fenster und Duflor. Sehr gute Kombination. Aber das Positive ist ja, ich kann nicht mehr vergiftet werden. Und ob das so positiv ist. Egal, du bist kaputt. Kaputt. Was? Ah, Eroas. Ähm. Nein. Nein. Was soll das? Au. Was soll das? Ich wechsle jetzt mal gerade das Pokémon. Also. So kann es nicht weitergehen. Duflor. Das würde so Level Up werden. Egal. Komm. Erstmal tauschen. Psycho-Chinese. Dann, 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 dann. Boah, hastes Wald. Diese blöde Paralyse. Windstoß. Das zieht mal gar nichts ab. 10 zieht es schon ab. Ja. Aber sicherlich. Mann. Hau mir noch mal 10 Punkte weg. Lass mich noch mal paralysiert sein. Ist ja schön. Das war jetzt eine schwierige Geburt. Alter Verwalter. Aber du bist erschreckend gut. Aber du bist nicht die Erste, die das sagt. Ich werde da aber jetzt nicht zeilen. Ich werde einfach zum Blutberg zurückgehen. Mich in die heiße Quelle begeben. Mir den Hintern aufwärmen. Und wieder zurückgehen. Ganz einfach, weil ich es kann. Warum sollte ich dafür was ausgeben, wenn ich nur wenige Meter latschen muss? Solange ich nicht wieder mit dieser Oma quatschen muss. Von wegen, wie jung sie aussieht und wie geglättet ihre Falten sind, ist mir das alles recht. Na, Opi. Hm, ha, arg. Das ist himmlisch. Das Wasser wärmt mich überall. Spring auch rein. Schwimm in die Mitte, entspanne und dir wird ganz wollig warm. Mein Lieblingsteil vom Baden kommt jetzt gleich. Ich genehmige mir eine Sämme-Wirsch-Fischsuppe, um mich auch von innen aufzuwärmen. Fischsuppe. Hm. Naja, Fischsuppe. Ich habe gehört, danach ist kalte Milch am besten. Das soll wahre Wunder bewirken. Habe ich gehört. Getestet habe ich es allerdings noch nicht. War ja, klar. Tentaha. Level 32. Mit dir kann ich... Könnte ich was anfangen, will ich aber nicht. Ich tausche erstmal das... Das ist mir nämlich zu hoch. Glutberg. Hier sind wir richtig. Ich spüre, dass hier irgendwas geil... Äh... Ja. Voll verkackt. Irgendwas Gutes sein muss. Das passiert, wenn man gut und geil vermischen will. Sehr gute Kombination, möchte ich meinen. Ich habe keins her Trümmerer. Das ist unfair. Wo kriegt man's jetzt rum her? Ja. Bonita. Boah, weißt du was? Weißt du was? Das fange ich mir. Wir sind ja einmal hier. Da können wir's uns auch gleich fangen. Aigotha catch them all. Bonita wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Bonita. Sein Körper ist leicht und seine Beine extrem kräftig. Es kommt mit einem Sprung über den Ayers Rock. Ja, aber sicher doch. Ist ja ein Katzensprung. Und Galoppa kann so hoch springen wie... Was weiß ich was. Wie ein Hochhaus oder was. Komm. Ich habe hart trainiert, damit ich meinen Liebeskummer überwinde. Es hat mich zumindest körperlich gestärkt. Heyho. Ich empfehle, geh zu einem Psychiater. Nocchan. Oh, das ist übel. Mit seinem Eishiep und Donnerhiep kann er mir ordentlich zusetzen. Komm schon. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Nein. Ja. Wäre ich jetzt auch noch eingefroren gewesen. Das wäre es gewesen. Nocchan ist kaputt. Ich halte meine Punkte und du das... Nein. Nochmal. Wieso? Warum? Boah, da habe ich Glück gehabt. Mega Eishiep. Obwohl Eishiep ist, glaube ich, schlimmer, oder? Von der Stärke her ist Mega Eishiep schlimmer. Aber wegen Effektiv und so. Naja, keine Ahnung. Irgendwas in dem Dreh würde es schon sein. Spieler besiegt ein Mühlenmädel Nora. Oder nur Ura. Ich denke, ich habe es übertrieben. Nicht alle wollen einen Bizeps haben. Komm her, Austaus. Was haben wir denn da? Nix. Auch super. Was haben wir hier? Ein Item. Angriffs-Plus. Lesen wir uns das mal durch. Hebt die Volltrefferquote des Pokémon im Kampf. Die Wirkung wird mit dem Tausch des Pokémon beendet. Also auch wieder nur eins. Dich habe ich schon. Dich brauche ich. Na toll. Ist natürlich jetzt drei Level stärker. Macht ja auch Sinn. Das ist so verdammt asozial. Da ärgere ich mich, dass ich mir ein Pokéball eben geworfen habe. Ein Vulkan gilt als aktiv, wenn er ausbricht. Oder kurz vor dem Ausbruch steht. Ja, und das erkennt man an seismischen Aktivitäten. Stell dir vor. So ein bisschen was weiß ich auch. Ja, jetzt habe ich natürlich die... Arschkarte, wenn ich das mal so sagen darf. Tausch mit Tauboss. Das ist jetzt gerade richtig kacke. Nein. Ey, ihr habt es aber echt mit euren Stachelsporen. Macht doch mal Donnerwelle. Gut. Als Flasenpokon ist es sehr untypisch. Mit, ähm... Donnerwelle anzukommen. Aber hallo, hä? Ist doch... Oh, mal was Neues. Entdecke die Möglichkeiten. Ja, das war klar. Boah, ey. Paralyse kotzt mich so an. Hm. Ich tausche gleich. So war es von. Aeroas. Konfusion. Ey, Mann. Das ist doch nicht wahr. Boah, ey. Arschlecken, komm. Geht mir das auf den Senkel. Wärst du jetzt verwirrt gewesen, ey. Dann... Nicht gut Kirschen essen mit mir, ey. Letzte da. Nicht gut Kirschen essen. Austaus. Tauboss. Kokowai. Komm, bleib draußen. Kokowai. Klügelschlag. Worm. Ich bin Level 40, ey. Das ist krank. Der Schaden ist krank. Wuhu. 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 Tja, Björn, du bist platt. Puh, das war heiß. Ich hatte einen Schweißausbruch. Solange es kein Vulkanausbruch war, ist es doch... Was ist das? Glutberg. Boom. Glutberg. Hier ist es unmenschlich heiß. Maschschock. Brrrr. Sicherlich. Au. Arschloch. Arschloch. Au. Beherrsch dich. Meine Güte, ey. Mach das ein Damage, ey. Der ist ja schlimm, äh. Schlimmer als alles, was ich gesehen habe, äh. Die Planierwalze da, ey. Komm. Nicht alles. So ist super. Nein, nicht Pokémon. Pokémon-Pokéball. Es schläft, hat kaum KP. Beste Voraussetzungen, um es zu fangen. Dankeschön. Für Maschock wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sein durchtrainierter Körper wird nie müde. Es hilft den Menschen, indem es schwere Sachen trägt. Möchtest du Maschock einen Spitzennamen geben? Nein. Tut, tut, tut.